Max, der Wolltäter. Willst du auch noch Bücher haben oder hast du? Bücher... keine Ahnung. Ich mach jetzt eh nix mit Büchern erstmal. Na super. Au, 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 au! Ich fall die ganze Zeit. So, Nickels muss jetzt einfach mal anfangen, hier was kreatives zu bauen. Wie lange machen wir eigentlich noch, Leute? So als Frage? Och, ähm... Keine Ahnung. Je nachdem wie viel Platz du noch passt. Ja, ich kann ja nicht nacken, sonst bricht ich welche Aufnahme ab. Das ist wieder doof. Es ist 21 Uhr. Ja, naja, wir nehmen jetzt schon wieder 2 Stunden auf. Ach, verdammt. Verdammt, verdammt, egal. Jetzt hab ich genau 5 Diamanten, das ist perfekt. Für ein Schwert und Spitzhacker, ja? Richtig. Mhm. Bist schon clever, ja? Und ausgefuchst. Si, Senor. Ich muss auch... Ach, die Redstone-Blocke gibt's noch gar nicht. Die kommen erst im nächsten Patch. Hä? Ach so. Die werden bloß da schon angezeigt. Ja, Kacke. So, hat der Nickels das schon mal fertig gebaut. Hammer geil. Und jetzt geht der Nickels mal mit dieser schönen Spitzhacke. Oh, warte, ne, brauche ich ja noch, ja, so ziemlich. Dann brauche ich aber... Dann brauche ich noch hier Kohle rein. Boah, so viel Eisen sind ja der Hammer. Und dann brauche ich... Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Genau so. So und nicht anders. Zack, zack, zack. So und nicht anders. Und jetzt geht's wieder nach unten. Wo vergebens gestript meint wurde. Weil ich scheiße bin. Ja, ich geb's zu. Runter, 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 runter. Hm. Mir war so, als hätte ich grad die Lava gehört. Egal. Das kann schon sein, ne. Ja, kann alles mögliche passieren, ne. Und jetzt Gold. Gold. Ja. Was kann man eigentlich inzwischen so mit Gold machen? Überhaupt irgendwas brauchbar? Äh, die Schienen, die, die Beschleunigungsschienen kannst du da nicht machen? Ja, die Beschleunigungsschienen, ja. Ähm. Kannst du sonst was Schönes mit Gold machen? Goldblücke, woraus man sich eine mal ein Haus macht oder so? Ja, unbedingt. Da wirst du auch ganz, ganz wenige bestimmt verbrauchen. Ja, ja, klar. Aber als Währung, äh, gibt's die nicht irgendwie als Alternative zu Smaraggen, oder? Nee, ich glaub nicht, ne. Hm. Weil ich weiß nicht, obwohl Gold ja eigentlich Gold ist, hat man das ja in Minecraft nie so richtig gesucht, oder so. Ja, das war, hast du einfach mal mitgenommen, irgendwie. Ich mein, Goldrüstung ist genauso wie eine Lederrüstung, weißt du, das nimmt sich auch nichts. Oder, nee, ein bisschen besser glaub ich sogar. Na. Aber ich glaub nicht schlecht, oder? Ja, ne, ne, ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ja, aber Holz und Goldschwert ist genau das gleiche. So, jetzt tricksen wir mal wieder ein bisschen. Hä, läuft nie. Was machst du denn? Hä, bin ich jetzt bescheuert? Ja, kein Kommentar bitte. Ja, ich wollte grad sagen, ja, Nickels, das ist... Warum ist der jetzt, der Scheiß, äh... Ich glaub ich grad grad wirklich zu inkompetent. Ich hab grad, äh, Wasser auf, auf, äh, Dings gehauen. Lava? Ja, und es wurde zu Stein. Ja, die darf nicht kließen. Ach, nö. Das muss stehende Lava sein. Ja, bei mir steht auch gleich was, und zwar 24 Stunden am Tag. Hast du die falschen Pille genommen oder die falschen Pillen genommen? So ungefähr. Oh, dann müssen wir wieder ein bisschen tricksen. Ach, Leute. So und so. Scheiße. Ich habe eine Spinne. Ich habe eine Spinne. Ich habe Angst, weil hier ist Lava. Wenn ich jetzt hier an... Ich habe richtig Angst. Ja, so in der Nähe von Lava will man eher nicht angegriffen werden, ne? Nee, tatsächlich will man das nicht. Ist gerade super ruhig hier, ne? Ja. Genau, Max, das wollte ich dir damit sagen, dass du bitte jetzt uns eine schöne Aria singst. Ja unbedingt. Ja, bestimmt. Müsst ihr da jetzt an irgendein komisches Video denken? Nee. Weiß, was du meinst. Und, ähm, ja, aber ich habe mich zu schnell damit abgefunden. Okay, Leute. Ich kann dir nur sagen, zum Glück habe ich mir das Video nicht angeguckt. Ja, ich kann dir auch nur sagen, dass es wirklich ein Glück ist, dass ich... Nein, 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 nein. Spinne, fick dich. Du würdest daran zerbrechen, fast. Nein. Der Raum ist aber an sich ja mal schon ziemlich geil. Das ist einfach nur eine fette... ...ein fetter Dirtblock. Max? Arne. Ich habe dir in T.S. gerade mal eine lustige Website geschickt, die es lustig guckt. Oh, scheiß Gift. Bist du, spielst du gerade gar kein Minecraft etwa? Ich habe mal ganz kurz den Maxton drin, oder was ist los? Was ist denn da los? Ertappt haben wir dich, ja? Ja, Arne, was ist denn da los? Nein, ich brenne! Oh nein, ich werde sterben. Wasser. Nein, ich habe mich in Lama eingepackt! Nein! 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 Nein, 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 nein daraus lernen ich wollte ich wollte gerade ein eimer wasser setzen war hat mich verklickt haben einmal lava unter mir gesetzt ja leute ich muss oder ich werde gleich essen gehen besser gesagt und es ist 21.30 wieso gehst du jetzt noch essen weil mein vater jetzt erst nach hause gekommen ist wenn wir jetzt essen wollen und apropos ihr könnt natürlich auch noch ohne mich weiterspielen ihr könnt natürlich auch schluss machen wir machen jetzt zwei abend ja das auch okay warte lass mich nur noch kurz ich lass mich noch kurz anfangen mit dem projekt fackelt den urwald ab nein was macht die er aber war einmal pass auf dass er nicht der sauer wird wieder so krass lecken alter das kotzt so an also nicht wobei die können die können ja irgendwie nicht vernünftig brennen probleme der sache ja pass aber auch dass du nicht zu viel ab brennst so warte mal ich schlanz noch kurze kartoffeln meine möhren ja was du willst haut alle rein